Erster wir beginnen mit einem Punkt, den wir bereits in der vorangegangenen Ausstellung in Ikkumene gesehen haben, weil wir das geografische Wissen zur Zeit Elkanos in einen Kontext stellen wollen. Eine kurze Anmerkung am Rande, normalerweise spricht man von Magellans und Elkanos Weltreise, aber Magellan starb auf halber Strecke und war nicht in der Lage, die Weltreise zu vollenden, was bedeutet, dass es Elkanos war, der die Weltreise wirklich vollendete. Zu dieser Zeit trugen Kolumbus und andere noch die geografischen Vorstellungen der Antike mit sich herum. Hier auf der rechten Seite sehen wir, und ich denke, es ist recht anschaulich, die Größe der Erde, wie sie von den Alten bis zur Renaissance betrachtet wurde, die von den Messungen der Griechen abgeleitet wurde. Eratosthenes nahm eine korrekte Messung des Erdumfangs vor, wie in der Abbildung links zu sehen ist. Ein anderer griechischer Geograf, Posidonius, nahm eine andere indirekte Messung vor und kam zu einer Größe, die vergleichbar mit der rechts abgebildeten ist. Diese viel kleinere Größe als die tatsächliche ist diejenige, die bis zum heutigen Tag überlebt hat. Das ist der Ausgangspunkt. Die Erde war bekanntlich kugelförmig, kein Zweifel, aber sie war viel größer als man dachte. Das ist eines der Dinge, die Sie auf der Pazifikreise entdecken werden. Zweiter das offizielle Bild war das der Geografie des Ptolemäus. Eine eher ausgedehnte Welt, in der Es offensichtlich kein Amerika gab und auch der Indische Ozean als geschlossener sie betrachtet wurde. Hier sehen Sie ein Faximile, das wir auch auf dem ökumenischen Forum ausgestellt hatten, und das die Ptolemäische Weltkarte in einem perfekten Faximile-Manuskript mit goldenen Miniaturen, Pergamentimitationen und so weiter zeigt, das in der Vatikanischen Bibliothek um 1470 aufbewahrt wird. Dies ist die Welt des offiziellen, etwas archaischen geografischen Bildes, das bis zur Zeit von Kolumbus existierte. Es gibt einen wichtigen Meilenstein. Kolumbus kommt in Amerika an, ohne zu wissen, dass er gerade deshalb in Amerika angekommen ist. Seinen Berechnungen zufolge hat er mit dem kleineren Erdumfang als dem auf der Karte des Ptolemäus dargestellten eine Strecke zurückgelegt, aus der er schließen kann, dass er die Küsten Asiens erreicht hat. Deshalb nennt man ihn auch so, weil er nach den indischen Inseln als einem Wagen abstrakten. Ort suchte, von dem aus einige der teuersten Produkte der damaligen Zeit, darunter Gewürze. In den Handel gelangten. Wir werden sehen, aber diese erste Weltumsiegelung war weder eine Weltumsiegelung noch eine Entdeckungs- und Eroberungsreise, sondern einfach eine Reise zur Quelle des Gewürzes, um Zwischenhändler zu vermeiden oder das Monopol der Portugiesen zu stören, wie wir später sehen werden. Dritter. Es handelt sich um den Brief von Juan de la Cosa, dessen Original sich im Marienmuseum in. Madrid befindet. Hier sind die Küsten der iberischen Halbinsel Europas und Afrikas zu sehen, und es ist die erste, in der Amerika vertreten ist. Es stammt aus dem Jahr 1500 und wir stellen es hier in einen früheren Kontext. Sie zeigt den Golf von Mexiko und die Inseln Kuba, Dominikanische Republik und Haiti. An dieser Stelle ist unklar, was durch die Enden der Karte verläuft, ob sie sich überschneiden oder nicht. Amerika ist erreicht, aber die Enden der Welt sind nicht bekannt, sie glauben sogar, wie Kolumbus, dass die indischen Inseln erreicht sind. Nach dieser Entdeckung beanspruchte der portugiesische König seinen Anteil an all dem, und der Vertrag von Tordesillas wurde unterzeichnet. Im Vertrag von Tordesillas wurde eine Linie 370 SEMA in westlich des kapverdischen Archipels gezogen, und alles, was östlich dieser Linie verblieb, sollte zu Forschungszwecken Portugal gehören und alles, was westlich verblieb, Spanien. Damals wussten sie nicht, wohin der Antimeridian führt, und es war ihnen auch egal, aber das wird das Problem sein, wenn die Molucken Vierter, es handelt sich um eine facsimile Replik des Vertrags von Tordesillas, der wie die heutigen Verträge in Form eines Arras-Vertrags abgefasst ist. Es wurden zwei Exemplare angefertigt, eines in portugiesischer Sprache, unterzeichnet mit König Johann von Portugal, und ein weiteres in kastilischer Sprache, Don Fernando und Donna Isabel, und sie wurden mit ihren entsprechenden Bleisiegeln ausgetauscht. Und in diesem Zusammenhang gibt es ein merkwürdiges Zitat, das dem französischen König Coetano zugeschrieben wird, zeige mir die Klausel in Adams Testament, mit der er die Welt zwischen den Spaniern und den Portugiesen aufteilt. Das heißt, und warum haben sie die Welt aufgeteilt, ohne auf jemanden zu zählen? Nun, nehmen wir an, sie hatten die Unterstützung des damaligen Papstes, der Spanier war und der den Teppich ein wenig gekehrt hat. Doch die beiden iberischen Großmächte beschlossen, die Welt in zwei Hälften zu teilen, wie eine Orange, die zu Erkundungszwecken in zwei Hälften geschnitten wird. Fünfter damit verbunden ist die nach ihrem Autor benannte Cantino-Karte, die um 1502 entstand. Es handelt sich um ein echtes königliches Register, das heißt ein Abbild der bekannten portugiesischen Welt, einschließlich Amerikas, und es ist wichtig, weil es die erste Karte bzw. die früheste bekannte Karte ist, auf der die Linie des Vertrags von Tordesillas eingezeichnet ist. Die ursprüngliche Vereinbarung war etwa 100 Seemalen westlich, und die Portugiesen, die sicherlich mehr wussten, als in der Geschichte überliefert ist, kannten die Entfernung zu Amerika und sagten, nein, geht nicht weiter in diese Richtung, denn ich möchte etwas von diesen neu entdeckten Gebieten mitnehmen, die praktisch das heutige Brasilien geworden sind. Es ist kein Zufall, dass in Brasilien portugiesisch gesprochen wird, und all das kommt von hier, aus diesem Gebiet mit portugiesischem Einfluss. Sechster, wir werden einen weiteren wichtigen Schritt tun, den wir bereits in der ökumenischen Ausstellung gesehen haben, nämlich dann, wenn wir erkennen, dass das, was entdeckt wurde, ein neuer Kontinent ist und nicht zu Asien gehört. Um 1503 wurde Amerigo Vespucci's Siegkarte Mundus Novus veröffentlicht, in der er, der behauptet, für die Spanier und Portugiesen gesegelt zu sein, sagt, dass die Länder, die er durchquert hat, die vermeintlichen Indianer, nicht die Indianer sein können, da sie eine sehr große Ausdehnung haben, genauso bevölkert sind wie unser Asien, Europa und Afrika, er sagt, es sei eine neue Welt, und so weiter. Eine gedruckte Version dieses Briefes erreicht den Kartografen, der diese Karte erstellt hat, Martin Waldseemeller. Es handelt sich um eine der bedeutendsten Karten der Geschichte. Es handelt sich um ein Holzschnittwandbild, das heißt mit in Holz geschnitzten Platten, verteilt auf zwölf Blätter. Es gibt nur noch ein einziges Exemplar, obwohl bekannt ist, dass 1000 gedruckte Exemplare angefertigt wurden, und es befindet sich in der Librarie of Congress. Sie nennen ihn die Geburtsurkunde Amerikas und halten ihn in Ehren. Warum? Weil Waldseemeller bei der Lektüre von Amerikos Berichten fälschlicherweise annahm, dass er derjenige war, der diesen Mundus Novus, diese neue Welt, entdeckt hatte. Er nannte sie in einem Begleittext Amerika, zu Ehren von Amerigo, ihrem berühmten Entdecker. Er nennt diesen neuen Kontinent Amerika, er stellt ihn auf dieser Karte dar, und daher stammt der heutige Name Amerika. Nur dieses Exemplar ist erhalten geblieben, obwohl ein weiteres erscheinen könnte, da es mehrere Exemplare gab. Wichtig, Amerika erscheint zum ersten Mal, getrennt von Asien durch einen noch unbenannten Ozean, auch Japan wird gezeigt. Grafisch markiert sie den Übergang von der Antiken zur modernen Geografie. Es handelt sich um die erste Karte mit zwei Hemisphären. Übrigens haben wir in der IGN-Zentrale eine Ausstellung über Karten mit zwei Hemisphären, die hier beginnt. Denn die antike Welt, die des alexandrinischen Kosmografen Claudius Ptolemois, passt nicht. Mehr in das traditionelle Modell der mittelalterlichen kreisförmigen Weltkarte. Es gibt also eine andere Hemisphäre, die von Amerigo Vespuzzi, auf der Amerika erscheint. Japan zeigt, wie falsch die Vorstellung von der Größe der Welt noch war, denn es liegt praktisch an der Küste Amerikas, aber dennoch ist dies ein grundlegender Schritt, um zu wissen, wie die Struktur der Welt bereits aussieht. Werfen wir einen Blick auf die Hauptakteure dieses Kunststücks, Fernando oder Hernando de Magalanes, Portugiese, der seinem Land viele Jahre lang diente und sogar lahmte und nicht so belohnt wurde, wie er es sich vorstellte, was zu Konflikten mit dem portugiesischen König führte, für die er Spanien seine Dienste anbot und den Plan, die Gewürze zu erreichen, doch wie wir wissen, starb er auf halbem Wege der Reise. Elcano, ein Einwohner von Gitaria Dies ist eine Ansicht von Gitaria aus Teixaras Atlas von 1634. Jeder, der schon einmal dort war, kann die Maus von Gitaria, den Hafen und so weiter genau erkennen, und auf der Seite daneben steht Zumeier. Es handelt sich um eine Beschreibung aller Küsten der Halbinsel, und zwar zu militärischen Zwecken. Antonio Pigafetta, der Chronist Ihm ist es zu verdanken, dass wir viel über die Expedition wissen. Pigafetta hatte keine bekannte Arbeit, er war das, was man damals einen, so Präsagente, nannte, also einen Mann ohne Arbeit, der sich der Expedition anschloss, weil er Zeit, Musse und etwas Einfluss hatte. Dank der Tatsache, dass er arbeitslos war, konnte er sich der Erstellung des Tagebuchs widmen, und anstatt wie andere ein Lombarde, Küfer, Barbier, das heißt Chirurg, oder Seemann zu sein, war er ein A. Er war auch ein sehr enger und treuer Freund von Magellan. In der Tat ist es merkwürdig, dass Elcano in Pigafettas Bericht nicht ein einziges Mal erwähnt wird, obwohl er derjenige war, der das Schiff zurückführte, möglicherweise weil er einer der Rebellen war und aus Feindschaft. Achter auf der anderen Seite stehen andere Personen, König Karl, sein Schwager König Johann von Portugal, Rui Falairo, der Kosmograf, der diese Reise plante, und eine Karte der kantabrischen Küste aus dem 17. Jahrhundert, 1616, mit dem Titel Legiones Biscaia et Gipus Coetipus, das heißt eine Karte der Regionen Leon, Vizcaia und Gipuzcoa. Und hier ist das Kuriose, dass es in der Gegend von Gipuzcoa einen Ortsnamen gibt, Elcano, der auch Gitaria in den Schatten stellt. Nun, dazu gibt es eine kuriose Geschichte. Elcano, ein kleiner Ort mit drei oder vier Weilern und einer Kapelle, ist nicht wichtig genug, um auf dieser Karte oder auf einer Karte der Halbinsel oder sonst etwas zu erscheinen. Nach der Weltreise wurde sie jedoch wichtig, und ein holländischer Kartograf, Ortilius, stellte schließlich Elcano dar und löschte Gitaria aus, das daneben liegt und der wichtigste Hafen ist. Und das wird so fortgesetzt, dass Elcano weiterhin als wichtige Stadt erscheint, obwohl es in Wirklichkeit nur drei oder vier Weiler gibt. Neunter kommen wir nun zu dem kartografischen Bild im anderen Raum. Dies ist eine weitere große Wandkarte desselben deutschen Autors aus dem Jahr 1516, die andere stammt aus dem Jahr 1507, die im Grunde die gedruckte Version eines portugiesischen königlichen Registers ist. Wenn man sich die Karte ansieht und zurückgeht, sieht sie der Cantino-Karte sehr ähnlich auf. Der der Meridian von Tordesillas erscheint, es ist praktisch die gedruckte Version eines königlichen Registers. Hier verwendet Waldseemüller, der bereits weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, den Namen Amerika nicht noch einmal, und in der Tat hat er diesen Namen nur einmal verwendet und den Fehler schnell korrigiert, aber der Name blieb erhalten, weil er so populär wurde. Was sehen wir hier? Eine Weltkarte mit dem Titel, Carta Marina Navigatoria Portugal Navigationes. Und unter anderem erscheint im Süden der afrikanischen Küste König Manuel mit einem Zepter, einem christlichen Kreuz und der portugiesischen Flagge, als Sinnbild für die Herrschaft, die die Portugiesen über diese Route hatten. Warum? Weil die Portugiesen 1498 Indien erreichten, indem sie das Kap der guten Hoffnung umrundeten und damit den Ursprung des Pfeffers erreichten. So einfach ist das, so albern es klingt, Pfeffer ist heutzutage eine Ziemlich erschwingliche Sache, aber sie waren die ersten, die diese Gewürze ohne Zwischenhändler auf dem Seeweg brachten. Es gab eine türkische Blockade des Mittelmeers, die verhinderte, dass alles, was aus dem Osten kam, die damals sehr reichen Mittelmeerrepubliken wie Venedig, Genua, Pisa und so weiter erreichte, die den Handel im Mittelmeer monopolisierten. Dann schnitten die Türken diesen Weg ab, es wurden hohe Steuern erhoben, und die Portugiesen sagten sich, naja, wir müssen uns eine andere Route suchen. Deshalb folgten sie dieser Route fast 100 Jahre lang, bis sie die Malabaküste erreichten, wo der Pfeffer seinen Ursprung hat. Damals beherrschten die Portugiesen diese Route, und der spanische König wollte dieselbe Seite erreichen, aber aufgrund des Vertrags von Tordesillas konnte er diese Route nicht nehmen, weil sie verboten war, denn es gab eine Linie, die besagte, dass dies den Portugiesen vorbehalten war. Man musste also den Weg nach Westen suchen, was Kolumbus auch versucht hat, was ihm natürlich nicht gelungen ist, und das ist das Ziel dieser Reise. Kuriositäten, in Südamerika gibt es eine typische Kannibalen-Szene der damaligen Zeit. Sie machen einen menschlichen Grill mit Armen und Beinen. Die Legende von den Kannibalen in Südamerika, die es übrigens wirklich gab, taucht auf diesen Karten häufig auf, weil sie sehr eindrucksvoll ist. Was ist das, was wir hier sehen, das fast eines der Holzschmiedblätter einnimmt? Nun, um die Bedeutung von Gewürzen im Jahr 1516 zu zeigen, kamen die Portugiesen 1512 auf dieser Route auf den Molukken an. Es ist eine Liste der Preise für Gewürze auf dem Markt von Calicut und woher sie kommen. Muskatnuss ist so viel wert, Melken sind so viel wert, Ingwer ist so viel wert. Für alles, was jetzt erschwinglich ist, ist angegeben, woher es kommt und wie viel es kostet. Sie sehen, dass eine der teuersten Gewürzmelken tatsächlich die Gewürzmelke ist, die nur auf einem kleinen Archipel von sehr wenigen, sehr kleinen Vulkaninseln wuchs, eben den Molukken. Alle Versuche der Verpflanzung in der Vergangenheit schlugen viel, als die Holländer dort. Ankamen, machten sie alles dem Erdboden gleich und verboten bei Todesstrafe, eine Nelkenpflanze von dort mitzunehmen, da dies ihr Monopol ruinieren würde. Zehnter Gehen wir also zum Hintergrund vor dem Beginn der Reise über. Wir fahren mit dem Bild vor der Reise fort. Das hier oben ist eine portugiesische Siegkarte des Indischen Ozeans aus dem Jahr 1517, auf der man zuallererst sehen kann, dass die Portugiesen ihn bereits kannten, und sie spiegelt perfekt die Route wieder, die die Portugiesen vor der Reise zu den Molukken genommen haben, das heißt sie haben die gesamte afrikanische Küste umfahren, und das jahrelang, um die Küste von Melindre zu erreichen, um über den Indischen Ozean zu springen, und alles, was wir hier sehen, ist mit Ortsnamen beschriftet. Das ist der einzige Teil, den sie kannten, wo die Gewürze herkamen. Und 1512 kommen sie auf den Molukken an und kartieren genau das, was für sie von Interesse ist. Dies war die erste regionale Karte eines großen Gebietes, in dem die Molukken vorkamen. Das war ein sehr großes Staatsgeheimnis. Die nachstehende Karte stammt von einem Sohn dieses Kartografen, Jorge Reine, der sie 1519 kurz vor der Reise anfertigte. Er wurde in Spanien von König Karl angeheuert. Dieses königliche Register ist in zwei Hälften geteilt, das ist die Linie des Vertrags von Tordesillas, mit dem Teil, der zu Spanien gehört, und dem Teil, der zu Portugal gehört, mit den kastilischen und portugiesischen Flaggen. Und hier noch eine Kuriosität. Sie stammt von einem portugiesischen Kartografen, der in Anführungszeichen desertiert ist, um für den spanischen König zu arbeiten, und hier die den Spaniern unbekannten Molukken platziert, mit einer Legende, die besagt, dass dies die Insel Maluko ist, von der der Nagel stammt. Und in politischer Absicht, da er für Spanien arbeiten wollte, ordnete er sie der spanischen Hemisphäre zu, und das ist die Debatte, sind die Molukken auf dieser Seite der Linie oder auf? Der anderen? Abhängig von dieser Ungewissheit stand damals viel Geld auf dem Spiel mit. Anderen Worten, der größtmögliche Reichtum, der zu dieser Zeit verfügbar war. Nun, das Jahr 1519 liegt hinter uns. Dies ist das Bild, das am Hof von König Karl von der Welt gezeichnet wurde, soweit sie bekannt war, bis zum Rio de la Plata. Die vorangegangene Expedition war bis zum Rio de la Plata vorgedrungen, und von dort an war sie unbekannt. Magellans Ziel, und das ist der Plan, der ihn hierher brachte, war es, den Weg über den amerikanischen Kontinent zu finden, der sozusagen als Hindernis galt, um das Gewürz zu erreichen. Damals sah niemand Amerika als Quelle des Reichtums an, Gold und Silber würden später kommen, sondern als gigantisches Hindernis, das sie daran hinderte, die Molukken zu erreichen. Magellan, der über portugiesische Informationen verfügte, sagte, ich weiß, wo der Pass ist. Antonio Pigafetta, der Chronist, schrieb ein Tagebuch über die Reise, das im Internet heruntergeladen werden kann. Es ist ein einfaches und recht kurioses Buch, in dem der Chronist berichtet, dass Magellan wusste, dass er eine sehr versteckte Meerenge passieren musste, die er auf einer Karte gesehen hatte, die der König von Portugal in seiner Schatzkammer aufbewahrte und die von Martin von Böhmen, einem hervorragenden Kosmografen, angefertigt worden war. Elfter Magellan glaubte, einen Pass gesehen zu haben, aber in Wirklichkeit stammte seine Fehlinformationen wahrscheinlich von diesem Ballon, den Johannes Schöner irrtümlich und aufgrund eines missverstandenen portugiesischen Berichts für einen Pass mehr oder weniger auf der Höhe des Rio de la Plata hielt. Der Rio de la Plata war eines der Gebiete, die die Expedition aufgrund seiner Breite von 200 Kilometer fälschlicherweise für den Pass hielt, da sie noch segelten und es Salzwasser gab, bis sie stromaufwärts fahren und feststellen, dass es Süßwasser gibt, und sie sagen, das kann nicht der Pass sein. Und so segeln sie mühsam weiter, bis sie wieder die südamerikanische Küste erreichen. Zwölfter Meerbild vor oder kurz nach 1519. Es gibt einen Atlas, den Miller Atlas, den König Manoei. Von Portugal König Karl anlässlich seiner Heirat mit seiner Schwester Isabella von Portugal schenkte und der wohl in der Absicht angefertigt wurde, seinen Schwager, den König von Spanien, zu verwirren. Es war ein sehr luxuriöses Geschenk. Alle Siegkarten sind sehr korrekt und es gibt nur zwei oder drei, die Informationen enthalten, die in einigen Fällen sogar unsinnig sind. Im Jahr 1519 war dieses Bild der Welt am portugiesischen Hof unmöglich. Denn es handelt sich um eine mittelalterliche Weltkarte, auf der der Indische Ozean tatsächlich als geschlossener Ozean erscheint. Eine Theorie besagt, dass die Karte König Karl davon abhalten sollte, die neue Route zu nehmen, da es nirgendwo eine Durchfahrt gab. Es handelt sich also um eine Karte, die vermutlich in politischer Absicht erstellt wurde. Offensichtlich handelt es sich um eine krude Komposition, denn am portugiesischen Hof konnte man so etwas nicht denken. Und hier gibt es ein Zitat nach der Reise, das aber eine Vorstellung von der Rivalität jener Zeit gibt, vom spanischen Botschafter in Portugal, der an den König schreibt, Ich habe erfahren, dass bestimmte portugiesische Lotsen den Auftrag hatten und haben und derzeit daran arbeiten, die Navigationskarten, die sie für Indien haben, zu ändern, indem sie eine Menge Straßen abschneiden, sodass der Moluko in ihrem Teil bleiben würde. Was sagt das aus? Wir wissen, dass die Portugiesen ihre Siegkarten fälschen, wir wissen, dass sie sie absichtlich mit falschen Informationen filtern, und was sie tun, ist die Segelentfernung zum Moluko so zu verkürzen, dass er auf die portugiesische Seite kommt, und so den Besitz dieser Inseln zu beanspruchen. Das Problem zu dieser Zeit war, dass die geografische Länge, das heißt die Zeitdifferenz, sehr schwer zu messen war, da es bis zum Aufkommen des. Chronometers keine Instrumente gab. Es gab also eine Unsicherheitszone von tausenden von Kilometern, und siehe da, die Molukken lagen in dieser Zone. Niemand wusste also, wie man das anstellen sollte. Später, als die Gewürzführte dort eintraf, schlossen die beiden Könige von Spanien und Portugal 1529 ein Abkommen. Der spanische König sagte, ich verpfände euch die Molukken, das heißt, ich leihe sie euch vorläufig, bis entschieden ist, wem sie gehören, und verlange dafür. 350.000 Dukaten Gold, eine exorbitante Summe. Und, nun ja, der Punkt ist, dass die Molukken eigentlich auf portugiesischer Seite waren, also verkaufte er ihnen etwas, das bereits auf ihrer Seite war und offensichtlich auch nie beansprucht wurde und ihm nie etwas genützt hat. Nicht nur das, die Portugiesen wurden einige Jahrzehnte später von den Holländern vertrieben, was sie ebenfalls aus dem Geschäft warf. 13. Hier sind einige vorbereitende Dokumente aus der Marine. Im Archiv der indischen Inseln werden zahlreiche Dokumente aus dieser Zeit aufbewahrt, darunter auch einige kuriose Exemplare. Zum Beispiel ein Faximili der Mannschaftsliste, La Relation de Gente en las naus que su alteza manda a enviar al descubrimiento de la espeziria, que ha por Capitán Mayor Fernando de Magalanes, und dies ist eines der Blätter. Und der Kapitän Hermando de Magalanes erscheint auf dem Schiff Trinidad. Wir haben ihn hier hervorgehoben, weil die Kalligrafie schwierig ist. Elcano und Gaspar de Quisada, einer der Hingerichteten, die wegen der Meuterei in San Julian zum Tode verurteilt wurden, erscheinen ebenfalls. Es gibt eine weitere Liste mit Gehältern, die sich nach der Position der jeweiligen Person richtet. In diesem Fall, Juan Sebastian Elcano, wohnhaft in Getaria, Sohn von so und so. Gehalt von X, Gehälter, die halbjährlich und im Wohaus eingezogen wurden. Warum? Nun, weil sie nicht dumm waren und die meisten von ihnen, wie sich herausstellte, nicht zurückkehrten oder wussten, dass sie nicht zurückkehren würden. Die Lüne blieben also hier, bei ihren Erben. Von den insgesamt etwa 250 Besatzungsmitgliedern, die Sevilla mit fünf Schiffen verließen, kehrten nur 18 mit der Nau Victoria zurück und das auch nur mit einem von fünf Schiffen. Hätten sie das gewusst, hätten sich sicher viele nicht gemeldet. Aber das gibt eine Vorstellung von der Schwierigkeit der damaligen Reisen, in drei Jahren starben praktisch alle von ihnen, einige desertierten, andere wurden von den Portugiesen gefangen genommen und kehrten in den folgenden Jahren in Scharen zurück. Es gibt auch die Kapitulationen, den Vertrag zwischen dem König und Herrn Ando de Magellan und seinem Partner Rui Falairo, der von der Geschichte etwas verdunkelt wurde, der aber der Kosmograf war, der Magellan sagte, nach meinen Berechnungen, die falsch waren, liegen. Die Molukken auf spanischer Seite, also beanspruche sie, gehe mit diesem Plan zum König von Spanien und lass dich von ihm anheuern. Magellan fand in Portugal kein Gehör, er wurde verachtet, obwohl er Portugiese war, er war sehr wütend und bot König Karl seine Dienste an. In der Liste der Kosten für die Armada war alles perfekt aufgelistet, was sie mit sich führten, waren, Lebensmittel, Lebensmittel, und ein großer Posten waren die Gegenstände, die sie zum Handel mit sich führten. Gewürze, Perlen, Tücher, ich weiß nicht, was, zum Tausch gegen Gewürze oder was immer sie fanden. Und in dieser Hinsicht ist es lustig, dass die Westler gewöhnlich beschuldigt werden, die Indianer zu betrügen, indem sie ihnen Lunken und Spiegel im Tausch gegen wertvolle Dinge geben. Obwohl es genau umgekehrt war, sie bringen uns ein paar Spiegel, ein paar Messer, die sehr wertvoll sind für ein Ding, das auf Bäumen wächst, das wir überhaupt nicht wollen. Mit anderen Worten, es handelte sich um ein gegenseitiges Konzept. Wer würde dem anderen etwas verkaufen, das für ihn keinen Wert hat, im Austausch für etwas, das einen Wert hat? Vierzehnter, die Abfahrtshäfen Sevilla ist der Ort, an dem seit der Gründung der Casa de Contratación alle Expeditionen vorbereitet werden, da dort das Monopol liegt. Dies ist eine moderne Nachbildung von Sevilla aus dem Jahr 1519, und in der Tat kann man den Quadalquivir, die Triana Brücke, die Kathedrale, die Werften, die Vororte und so weiter sehen. Und im Quadalquivir ankerten die Schiffe aus dem Indischen Ozean. Von hier aus verließen sie alle durch Monopol. Und hier ist ein Zitat von Pigafetta, am 10. August 2019, dem Tag von San Lorenzo. Die Armada verließ Sevilla, das kein Seehafen, sondern ein Flusshafen ist, und dann ging es 40 bis 50 Kilometer dem Quadalquivir entlang, um San Luca, den Ort der Abfahrt, zu erreichen. Fünfzehnter das andere Bild ist eine Ansicht aus dem Jahr 1588, aus einem Album des ersten Städteatlasses, dem Civitatis Orbis Terrarum, von Sevilla. Es handelt sich um eine Reproduktion, aber auf dem rechten Bild, das mehr oder weniger aus dieser Zeit stammt, sind dieselben Elemente zu sehen, und man kann erkennen, dass tatsächlich viele Schiffe im Quadalquivir festgemacht haben und sich auf die Abfahrt vorbereiten. Hier steht der goldene Turm, der auch heute noch steht, hier stand der Kran, mit dem die Waren im Hafen von Larsen-Wählers verladen wurden, und das ist eine Ansicht von San Luca, die auf allen Zeichnungen aus dieser Zeit zu sehen ist. Es gibt eine lokale oder regionale Rivalität zwischen San Luca und Sevilla, denn beide sagen mit gutem Grund, dass dies der Ort ist, von dem aus die Expedition gestartet ist. In Wirklichkeit ging sie von Sevilla aus, aber es stimmt, dass sie von San Luca de Barameda aus in sie stach. Nun, man kann die Schiffe der Gewürzexpedition auf ihrem Weg nach San Luca de Barameda sehen. Sechzehnter dies ist eine Karte von Andalusien von Otelius aus dem Jahr 1579, auf der Sevilla abgebildet ist und der Fluss Quadalquivir bis zum Atlantik führt. Die andere Karte ist die Karte der afrikanischen Küste und der kanarischen Inseln, ebenfalls von Otelius, die mehr oder weniger aus der gleichen Zeit stammt, also aus dem Ende des Sechzehnten. Sie nutzten die Gelegenheit, um Wasser und Lebensmittel zu sammeln, weitere Seeleute anzuheuern, Reparaturen vorzunehmen oder was auch immer. In diesem Fall legten sie einen technischen Zwischenstopp auf Teneriffa ein und brachen nur langsam auf, da sie von Gerüchten erfuhren, dass der portugiesische König die Flotte abfangen wollte, da er wusste, dass es eine Expedition zu den Molukken gab, die er als sein Eigentum betrachtete. Sie warteten also auf Neuigkeiten. Siebzehnter dieser Globus von 1927 zeigt die Meeresströmungen sehr gut. Tatsache ist, dass die Navigation zu dieser Zeit vollständig von der Richtung der Strömungen und Winde abhing. Aufgrund eines physikalischen Effekts, der durch die Erdrotation verursacht wird und als Coriolis-Effekt bezeichnet wird, bewegen sich Meeresströmungen und Luftmaßen auf der Nordhalbkugel im Allgemeinen im Uhrzeigersinn und auf der Südhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn. Was soll das bedeuten? Wenn wir einen Korken auf die Kanarischen Inseln werfen, wird er sicher von selbst Amerika erreichen. Was nicht so einfach ist, ist, dass er zurückkehrt, denn wir müssen den Rückweg finden. Was taten die Portugiesen, um Indien zu erreichen? Zunächst verbrachten sie fast 100 Jahre damit, nach und nach an der afrikanischen Küste entlang zu fahren. Und bis zum Äquator kamen sie sehr gut voran, da sie von günstigen Winden und Strömungen gezogen wurden. Als sie den Äquator überquerten, hatten sie sie in der entgegengesetzten Richtung. Um 1500 erkannten sie, dass sie, wenn sie hierher, weiter weg von der Küste, fuhren, den Äquator überquerten und sich dieser Strömung anschlossen. Obwohl sie eine viel längere Strecke zurücklegten, kamen sie schneller an. Dies nannten die Portugiesen La Volta do Mar. Auf dem Rückweg machten sie das Gleiche in umgekehrter Richtung, umrundeten den Atlantik und passierten die Azoren, die ein regelmäßiger Durchgangsort waren. Das ist eine Kuriosität. Im Falle des Pazifiks war der Rückweg nicht bekannt, und man vermutet ein ähnliches Schema, und in der Tat brauchte es seit der Ankunft der Expedition von Magellan und Elcano auf den Molukken vier oder fünf von den spanischen Königen organisierte Reisen, um zurückkehren zu können, was nicht gelang, weil sie den Rückweg nicht finden konnten. Bis im Jahr 1565 die Expedition von Legazpi und Urdaneta, insbesondere Urdaneta, bei ihrer Rückkehr tatsächlich den Strom fand, der nach Mexiko zurückführte und nach Norden führte. Um Amerika zu durchqueren, wurde die Magellanstraße aufgegeben, da sie sehr gefährlich und unpraktikabel war, und man begann, den Isthmus von Panama zu durchqueren. 18. Nun, bis jetzt haben wir gesehen, dass sie den atlantisch überqueren Amerika erreichen und lange Zeit, nach und nach, in jeder wichtigen Bucht, die sie sehen, nach einer Durchfahrt suchen. Sie ankern im Rio de la Plata, fahren weiter, und in San Julian bricht eine Meuterei aus. 19. Die Besatzungen haben es satt, dass Magellan ihnen nichts erklärt, und befürchten sogar, dass es einen Verrat auf hoher sie geben wird, und so kommt es, kaum dass sie die Meerenge erreicht haben, zu einer Meuterei. Diese Meuterei wurde von Magellan schnell niedergeschlagen, der viele zum Tode verurteilte, so viele, dass er sie begnadigen musste, denn wenn er alle Verurteilten hingerichtet hätte, hätte er nicht weitermachen können. 20. So begnadigte er viele von ihnen, darunter auch Elcano, der zu den Rebellen gehörte. 21. Und einige andere, die Redelsführer, ließ er hinrichten und einige von ihnen in Patagonien aussetzen, was einem Todesurteil gleichkam. Es handelt sich um nautische Atlanten mit portugiesischen Informationen. In diesem Fall ist der Linke, wie wir sehen können, nach Süden ausgerichtet, die Magellanstraße ist da, sie sind offensichtlich später als die Reise. Das Kuriose daran ist, dass man sieht, wie die Europäer Spiegel, Metallwerkzeuge und einen Hund anbieten, um mit den Eingeborenen zu tauschen, die ihnen Palo de Brasil anbieten, das heißt, ein Holz, aus dem der rote Farbstoff gewonnen wird. Deshalb nennt man es Brasilien, wegen der Farbe der Glut, und das war der Hauptreichtum, den die Portugiesen aus Brasilien holten, was auch nicht viel war. Sie können dort mit exotischen Tieren, kurz gesagt, ein Bild der lokalen Bräuche in diesem reichverzierten Atlas sehen. Und dieser auf der rechten Seite ist ein weiterer Atlas, ebenfalls von der amerikanischen Küste, bis zur Magellanstraße. Und hier sehen wir kuriose Szenen, wie die Legende der Patagonischen. Riesen, die auf dieser Reise entstanden ist. Pigafetta und andere berichten, dass sie in Patagonien auf Riesen gestoßen sind, die sie Patagonis nannten, nach Berichten über eine mythische Figur eines Riesen dieses Namens. Es stimmt, dass die Indianer an diesem Ort ziemlich groß sind und es auch damals gewesen sein müssen. Und natürlich hielten die damaligen Europäer, die wahrscheinlich 1,50 1,60 m groß waren, einen Mann von 1,90 2 m für einen Riesen, wenn sie ihm begegneten. Tatsächlich hat das niemand je bestritten, obwohl keine Überreste von Riesen gefunden wurden. Offensichtlich waren sie keine Riesen, sondern sehr große Menschen. Zitat Pigafetta Als wir uns von diesen Inseln entfernten, erschien eines Tages, als wir es am wenigsten erwarteten, ein Mann von gigantischer Statur vor uns, so groß, dass wir mit dem Kopf kaum seine Taille erreichen konnten. Unser Kapitän gab dieser Stadt den Namen Patagonis. Daher kommt auch der Name Patagonin. Ein Beweis dafür, dass sie nicht gelogen haben, ist Übrigens, dass sie zwei oder drei von ihnen als Beispiel eingeschifft haben, um sie nach Spanien zurückzubringen und sie dort vorzuführen, wobei sie so viel Pech hatten, dass die Sterblichkeitsrate offensichtlich sehr hoch war und die Patagonier, die offensichtlich nicht so sehr an ein Schiff gewöhnt waren, bei der kleinsten Veränderung auf einer solchen Reise als erste starben. Mit anderen Worten, keiner von ihnen kam zurück, um herauszufinden, ob sie tatsächlich Riesen waren oder nicht. Nun, zurück in den anderen Raum. 19. schließlich erreichten sie die Magelanstraße, wo es zu einer Deserzion kam. Kurz vor Erreichen der Meerenge stürzte eines der fünf Schiffe, die Santiago, ab und es gelang ihnen, die Waren zu retten und so weiter. In der Meerenge, die sehr verwinkelt ist, schickt Magellan die Schiffe durch die Gabelungen, um eine Durchfahrt zu finden und eines der Schiffe, die San Antonio, kehrt nach Spanien zurück. Er trifft vor den anderen ein und erzählt die Teilgeschichte, dass Magellan ein Tyrann ist, dass er die Vertreter des Königs getötet hat. Magellans Familie fällt in Ungnade. Seine Frau stirbt ruiniert, er hat einen Sohn, der ebenfalls stirbt, frisch geboren, und so weiter. Ohne zu wissen, dass sie ein Jahr und ein bisschen später ankommen würden, weil sie dachten, dass sie bei den Entbehrungen, die sie durchmachten, und der Route, die sie nahmen, nicht einmal zufällig zurückkommen würden, aber sie kamen zurück. Und tatsächlich, als die Expedition mit der Victoria zurückkehrte, wurde der Spieß umgedreht. Das andere Zeugnis kam an, und die Gefangenen waren die Freien der San Antonio. Es handelt sich um eine portugiesische Karte aus dem 16. Jahrhundert, eine Reproduktion einer sehr luxuriösen Karte, Miniatur in Gold und so weiter, auf der die Magellanstraße zu sehen ist. Und das Kuriose ist, dass man damals zwar die Meerenge kannte, aber nicht das, was weiter südlich lag, und dass man noch fast 100 Jahre lang dachte, es gäbe einen großen südlichen Kontinent, wie man auf der späteren Karte von Orteius sehen kann, die wir später sehen werden. Dies blieb bis 1616 der Fall. 20. aktuellere Karte der Magellanstraße und Feuerlands, datiert 1640. Die Karte ist holländisch. Es waren die Holländer, die Kap Horn umrundeten, weil die Route durch die Magellanstraße sehr schwierig, voller Gefahren und Schiffswracks war und sie versuchten, eine einfachere Route zu finden. Auf jeden Fall war es keine besonders geeignete Route für den Handel. Als die Spanier die Tornaviaje entdeckten, erreichten sie die Philippinen, kehrten nach Mexiko zurück, überquerten den Isthmus von Panama auf dem Landweg mit den Waren und setzten ihre Reise über den Atlantisch fort, anstatt durch die Magellanstraße zurückzukehren. 21. hier ein Zitat von Pigafetta Am Mittwoch, dem 28. November 1520, lösten wir uns von dieser Meerenge und tauchten in das Meer ein, dem wir sofort den Namen Pazifik gaben. In diesen drei Monaten und 20 Tagen legten wir fast 4000 Seemeilen des Pazifiks auf einer einzigen Route zurück und das in der Tat sehr friedlich, denn in dieser langen Zeit begegneten wir nicht einmal einer Böe. Sie nannten den Pazifischen Ozean fälschlicherweise Pazifischer Ozean, denn zu ihrem Pech trafen sie weder auf Böen noch auf Winde und tatsächlich gab es bei der Überquerung des Pazifiks aufgrund der äquatorialen Flauten eine erhebliche Sterblichkeit. Der Pazifische Ozean ist, wie wir wissen, nicht so friedlich, wie sie ihn hier darstellen, aber hier wurde er als solcher getauft. Und genau diese Karte Amerikas von Munster aus dem Jahr 1540 ist eine der ersten, die ihn als Mare Pazifikum bezeichnet. Zuvor hatte es den Namen Südsee. Den Nunetz de Balbo 1513 vom Isthmus von Panama ausgesichtet hatte. Weitere Kuriositäten sind die Zeichnung eines Schiffes, der Victoria, ein weiteres kannibalisches Grillfest, das ein häufiges Motiv ist. Wie auf einer früheren Karte, auf der eine Person über einem Feuer gegrillt wurde, die auf einen Stock aufgespießt war und die sie herumwirbelten, um sie zu essen. Zwei-und-zwanzigster Diese Karte ist eine sehr typische, ikonografische Karte von Expeditionen. Es handelt sich um die erste Karte des Pazifiks aus dem Jahr 1589 von dem Kartografen Otilius. Hier, im Süden, heißt es Tierra Austral oder Magellanisches Land, noch nicht bekannt. Und dies ist eine Gravur des Schiffes Victoria, auf der steht Prima Ego Velivosis Ambive Cusivos Orbem. Es handelt sich um ein berühmt gewordenes Gedicht, in dem es mehr oder weniger heißt, Ich war der Erste, der die Welt unter Segeln umsegelt hat, das Schiff, von dem Victoria sprechen soll, gefahren unter deinem Kapitän, Magellan, durch eine neue Meerenge. Ich habe die Welt umsegelt und werde deshalb zu Recht Victoria genannt. Die Segel sind meine Flügel, mein Lohn, mein Ruhm. Mein Kampf ist mit dem Meer. Dies ist die Gravur, die wahrscheinlich von jemandem gemacht wurde, der noch nie auf einem Boot war, weil die Segel in den Wind geblasen werden und die Wimpel in die entgegengesetzte. Richtung Gehen Wenn der Wind die Segel vorwärts treibt, sollten auch die Wimpel vorwärts gehen. Natürlich musste er das nicht wissen, denn er war ein Zeichner, ein Gravur. 23. Weltkarte mit dem Bild nach der Reise, ebenfalls von Munster, auf dem die Magellanstraße zu sehen ist und wo sie eine Nordwestpassage vermuteten. Tatsächlich heißt es für den Norden Amerikas, durch diese Meerenge öffnet sich ein Weg zu den Molukken. Eine solche Nordwestpassage gab es nicht. Kuriositäten, der Pazifik und die Tatsache, dass Temischtitan, das heißt Mexiko, neben Zipango liegt, das von Marco Polo Japan genannt wurde. Warum? Weil dies das Bild der kommerziellen Karten ist, das mit jahrzehntelanger Verspätung die breite Öffentlichkeit erreicht. Das korrekte Bild und die Abmessungen wurden vor Gericht behandelt, sie waren streng geheim und speziell in Portugal stand es damals unter Todesstrafe, diese Informationen weiterzugeben und offiziell drückte man ein Auge zu. Dies ist das Bild, das verzerrt ankam mit noch kleinen Dimensionen der Welt, wo Asien auf Amerika trifft. 24. Wir bewegen uns weiter vorwärts. Bevor die Expedition die Molukken erreichte, gelangte sie zunächst zu den Marianen und dann zu den Philippinen. Und Magellan stirbt in einer sehr törichten Begegnung mit Indianern, die nicht notwendig war, aber er wollte eine sehr ungleiche Machtdemonstration machen. Er verließ sich aus seiner Artillerie, von der die anderen wussten und die sie fürchteten, und stellte sich einer Gruppe von Indianern entgegen, die zahlenmäßig weit unterlegen waren und ihn dort töteten. Dann wird die Expedition abgebrochen, kurz bevor sie die Molukken erreicht, was ihr großer Plan und ihre große Reise war. Er starb kurz zuvor, und wie ein anderer Chronist, Maximilian Transilvano, ein späterer Chronist, der nicht an der Reise teilnahm, sagt, Acht Monate nach Magellans Tod entdeckten sie im November 1521 die Molukken, wo sich die Quelle der Gewürze befand, die sie so sehr begehrten. Nach Magellans Tod kommt der Verrat von Cebu, wo ein lokaler Hötling sie alle zu einem Abendessen einlädt, ihnen eine Falle stellt und 26 von ihnen ermordet, alle Führer der Expedition. Sie haben keine Leute, um die drei verbleibenden Schiffe zu führen, und beschließen, eines von ihnen, die Konzeption, zu verbrennen, die ebenfalls von der Broma befallen war, einer Xylophagen-Molluske, die Holz zersetzt. So verbrennen sie es und es bleiben zwei Schiffe übrig, die Tidore erreichen. 25. danach verbrachten sie mehrere Monate mit der Navigation durch das Insellabyrinth. Die Molukken wussten nicht, wo sie sich befanden, so sehr, dass sie am Ende buchstäblich einheimische Piloten entführten und ihnen sagten, bring mich zu den Molukken, ja oder ja. Zu den Gewürzinseln mit Gewalt und sie kamen auf den Molukken an, wo sie nach dieser Nelke suchten. Gewürznelken waren zusammen mit Pfeffer, Zimt, Muskatnuss und Ingwer eine sehr teure Ware. Gewürznelken wurden nur auf fünf sehr kleinen Inseln produziert, die am anderen Ende der Welt lagen und unbekannt waren, nämlich auf den Molukken, und selbst wenn man wusste, wo sie lagen, waren sie schwer zu finden. Und die Muskatnuss wuchs ein paar hundert Kilometer entfernt auf einer anderen kleinen Inselgruppe namens Banda. Nirgendwo sonst war sie eingebürgert, und das blieb sie auch mehrere Jahrhunderte lang, bis es einem französischen Botaniker gelang, einige Samen und Pflanzen zu stehlen und sie auf der Insel Mauritius anzubauen. Seitdem ist sie zu erschwinglichen Preisen in Supermärkten erhältlich. Nun, dies sind Beispiele für das, wonach sie gesucht haben. Die Gewürznelken haben einen sehr starken Geruch, wenn sie genauer hinsehen. All diese Dinge kamen in gutem Zustand